Wir haben vom Kreis Jugendring eingeladen. Mein Name ist Dennis Kley, ich arbeite bei Wendland für das Jugendhaus. Wir haben eingeladen zum ersten Politics-Slam hier in Nordhorn auf die Ebene des Landkreises zu übertragen. Da kann ich euch allen nur sagen, die Jungen zu stärken, die Verantwortlichen einzubinden, das ist mein Anliegen, das könnt ihr mir glauben. Einige von euch werden die U-Like-A-Card haben. Diese U-Like-A-Card, ich glaube, das ist etwas, das wir vielmehr im Zentrum stellen müssen, nämlich auch was zum Beispiel Verkürzungen für die U-Like-A-Card angeht. Das ehrenamtliche Engagement ist ein sehr wertvoller Schatz in unserer Gesellschaft, denn grundsätzlich gilt, Ehrenamt ist nicht Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit, die unbezahlbar ist. Nehmen wir mal dich dran. Ja, mein Name ist Marina Roth, ich komme von der Reportage in Grafschaft Wendland und mich wird es interessieren, ob Sie irgendwelche Möglichkeiten geben, ehrenamtliches Fähne von Ihrem Hauptamt freizustellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020